Wenn du bisher mit einem Aquarium oder in der Aquaristik noch gar keine Erfahrung gesammelt hast, dann bist du hier bei den Aquarium Basics genau richtig. Ich beantworte dir hier typische Einsteigerfragen, kurz und präzise, damit du möglichst schnell und möglichst erfolgreich mit deinem eigenen Aquarium durchstarten kannst. Muss ich im Aquarium Wasser wechseln? Es gibt Konzepte in der Aquaristik, bei denen immer wieder gesagt wird, nein, das muss man nicht. Ich persönlich würde dir aber immer dazu raten. So ein Wasserwechsel hat nämlich diverse Vorteile für dein Aquarium. Er kann den Keimdruck senken, er kann überschüssige Nährstoffe aus dem Aquarium rausholen, er kann Giftstoffe oder überschüssigen Schmutz, Dreck aus dem Aquarium rausholen. Er sorgt einfach für eine bessere Wasserhygiene, so ganz, ganz generell. Und er kann tatsächlich auch bestimmte Werte in deinem Aquarium wieder auf ein normales Niveau bringen, wieder anpassen und insgesamt einfach sehr, sehr für Hygiene und Sauberkeit sorgen. So ein Wasserwechsel ist wirklich, wirklich sinnvoll. Und ganz häufig ist ein Wasserwechsel auch das ultimative Werkzeug, um Probleme vorzubeugen. Wenn du Probleme mit deinem Aquarium hast, die erste Antwort wird immer sein, wann hast du den letzten Wasserwechsel gemacht? Mach mal zwei, drei Wasserwechsel und dann gucken wir mal weiter. Das ist ungefähr so, wie du garantiert schon mal gehört hast, wenn du Probleme mit deinem PC hast, hast du ihn schon mal neu gestartet. Genau das Gleiche ist ein Wasserwechsel fürs Aquarium. Das ist wie eine Art Neustart und ganz häufig können damit ganz viele Probleme beseitigt werden. Ich persönlich würde dir immer empfehlen, in einem Süßwasser-Aquarium alle ein bis zwei Wochen einen Wasserwechsel zu machen. Ich selber mache jede Woche Wasserwechsel und zwar jede Woche 50%. Das heißt, jede Woche nehme ich die Hälfte des Wassers aus dem Aquarium raus und fülle sie mit Frischwasser auf. Das kann entweder Leitungswasser sein oder aufbereitetes Osmosewasser, je nachdem, um was für ein konkretes Aquarium es sich handelt. Aber einmal die Woche ein 50%iger Wasserwechsel ist ganz generell eine sehr gute Idee. Und um diese Frage einmal direkt vorwegzunehmen, das ist unabhängig von der Aquariengröße. Das ist mit einer der Gründe, warum ich ein Fan davon bin, eher kleinere Aquarien zu haben. Denn bei einem 60 Liter Aquarium kann ich schnell mal 30 Liter rausnehmen und 30 Liter wieder auffüllen. Bei einem 600 Liter Aquarium wird es schon schwieriger, jede Woche 300 Liter rauszunehmen und 300 Liter wieder aufzufüllen. Kann man natürlich auch machen. Je nachdem, wie stabil das Aquarium ist, kann man das da natürlich auch locker mal auf zwei Wochen strecken. Vielleicht sogar mal auf vier Wochen strecken. Nur die Vorteile eines Wasserwechsels sind ja nun einmal da. Deshalb würde ich das eigentlich nicht ausreizen und generell dazu anraten, regelmäßig Wasserwechsel zu machen. Bis zum nächsten Mal.